Eine Mitfahrt in 2002 auf dem Skytrain Düsseldorf, direkt schon mal ein schönes Video gemacht für YouTube. Ich habe zwar noch ein paar andere Videos, die ich noch bei Bedarf hochlade, aber... Nächster Halt, Parkhaus, P4, 5, 6. Nächster Carpark, P4, 5, 6. Oh, passt hier. So, danach geht es wohl mit der 722 zum Hauptbahnrufen. Diese Linie wird, denke ich, ein Hybrid im Einsatz sein. Okay, da ist wieder der... Ja. Ja, am besten jetzt nachher rechts abbiegen oder Richtung Betriebswerkstatt. Kann man sogar schön durchgucken. Und hier ist noch ein Ausziehgleis. Hier an der Stelle ist vier Gleise. Ich weiß noch, als ich da mit einem Freund hier war, meinte er, wir könnten ja direkt mal reinfahren ins Betrieb. Oh, ich wusste jetzt auch nicht, dass das Gelände von beiden Seiten befahrbar ist. So, also... Ich fahr bis Terminal ziehen. So, weg. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, ein Lions Coach. Ich dachte schon. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Parkhaus P4, 5, 6. Carpark P4, 5, 6. Zug fährt in Richtung Terminal A, B, C. This train is proceeding to Terminal A, B, C. Oh, und ein schön grün-weißer Polizeibus bei uns entgegengekommen ist auf der Straße. Wir schweben über Düsseldorf. Oder über das Flughafengelände viel mehr. Oder über das Flughafengelände viel mehr. Ob das Flughafengelände viel mehr. Wir sind dabei ja schon mit den Außenraum! Oh, ich muss sie dann noch einfach dazu. Die Bibliothek sind in Englisch. Das war eine Fahrt im 2.2 zum Terminal A, B. vom Flughafen Bahne verfolgt.